Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, momentan trading wir bei ungefähr 19.800 US-Dollar. Wir sind etwas aus der Volatilität rausgekommen, nachdem gestern die Zinsen bei 9,1% bekannt gegeben wurden. Kurz darauf gab es nochmal eine Meldung von beiden, dass das ja alles gar nicht mehr so schlimm ist, weil es sind noch die alten Werte. Grundsätzlich stimme ich dazu, weil die ganzen Ölwerte und so alles deutlich, deutlich korrigiert hat. Trotzdem darf man das nicht, sag ich mal, unterschätzen. Wir schauen uns auf jeden Fall an, was jetzt in den nächsten Stunden oder im Laufe des heutigen Tages auf jeden Fall noch bei Bitcoin passieren kann. Was machen die Altcoins vor allem, nachdem wir gestern nicht drauf eingegangen sind. Und ja, mehr würde ich gar nicht sagen. Und natürlich heute Abend 19 Uhr Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Wer Bock hat, gerne vorbeigucken. Wir gucken uns dann nochmal viel, viel intensiver die ganzen Altcoins an. Ich werde heute auch nur auf 2, 3 vielleicht eingehen. Und dann heute Abend wirklich in ausführlicher Weise können wir dann nochmal alles besprechen. So, bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer, wenn ein neues Video kommt, ausführlich benachrichtigt. So, wie gesagt, 19.800 US-Dollar. Wir hatten nochmal einen kleinen Peak heute Nacht bis auf ungefähr 20.400 US-Dollar. Ich habe euch gestern gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, die wir haben. Nachdem wir diesen Wig gebildet haben, wir gehen mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart, haben wir ja darüber gesprochen, okay, wir haben hier das Video ungefähr gestartet, dass wir diesen Wig auf jeden Fall noch holen werden. Die Frage ist nur, was holen wir uns zuerst? Holen wir uns erst die Long-Positionen, die da unten geöffnet wurden durch dieses krasse Volumen? Oder erst die Shorts? Wir haben uns dafür entschieden, dass wir uns erst die Shorts holen. Hat auch relativ gut gepasst. Wir haben dieses Hoch rausgenommen bei ungefähr 20.140 US-Dollar. Darüber haben wir gestern gesprochen. Das hier ein möglicher Short-Entry wäre genau an diesem Hoch. Wir haben dann hier jetzt die Trendwände bekommen. Wer jetzt hier ein Short mittlerweile laufen hat oder diesen Trade mitgenommen hat, nehmt den Stop-Loss raus, also heißt Stop-Loss-Entry und Profite nehmen, weil jetzt wird es erstmal interessanter. Wir haben jetzt hier unsere Uptrend-Linie, die wir momentan hier wieder als Support bestätigen, wo wir aber auch schon Close drunter hatten. Deswegen für mich nicht wirklich signifikant mehr diese Uptrend-Linie, auch wenn wir jetzt wieder drüber sind. Ich bin eher dafür, okay, wir gehen auf jeden Fall nochmal hier in diese Region nach unten zwischen 18.700 und 18.500 US-Dollar. Das ist die Region, die ich eigentlich sehen will aufgrund dieses WIX. Viele, viele Long-Positionen hier unten. Diese gehören meines Erachtens auf jeden Fall noch ausgestoppt. Durch dieses kranke Volumen, was hier in den Markt gekommen ist, sind natürlich auch viele Long-Positionen reingekommen. Und diesen Longs jetzt, sag ich mal, durch die Market Maker weiterhin die Chance zu geben, aktiv zu sein oder weiterhin ihre Profite zu holen und jetzt signifikant in Richtung 23.000 US-Dollar zu steigen, glaube ich nicht, dass sie diese Chance auf jeden Fall bekommen. Weshalb ich weiterhin davon ausgehe, wir sehen diese Range hier auf jeden Fall nochmal zwischen 18.500 und 18.700. Und hier möglicherweise dann neue Long-Positionen eingehen können. Dafür also momentan in irgendwelche Long-Positionen reinzugehen, macht einfach keinen Sinn. Aufgrund dieses WIX, aufgrund dieses abfallenden Volumens. Deswegen erste Chance wäre dann hier unten in diesem Bereich mit der Hoffnung, dass wir dann hier wieder neuen Retests kriegen und dann nach oben steigen. Das ist jetzt so momentan die bullische Variante. Bricht natürlich die 18.500 US-Dollar. Also man kann hier einen relativ engen Stop-Loss meines Erachtens dann setzen. Weil bricht diese Zone, werden wir höchstwahrscheinlich uns die Liquidität hier unten noch holen bei ungefähr 17.500 US-Dollar. Und dann werden wir hier bei unserem bearischen Szenario, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, dass es weiterhin drin ist, die 17.500 US-Dollar. Und dann mit einer neuen bullischen Hoffnung nach oben hin. Das wäre jetzt momentan die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Dann werden wahrscheinlich die Schreie groß, oh, wir haben hier ein riesiges Doppeltop. Nein, ein Doppeltop ist ein Trend-Umkehr-Formation. Heißt, wir kommen aus einem Abtrend und gehen dann in einen Downtrend über. Deswegen, wenn da, da kommen irgendwelche Hashtags, sollten wir jetzt hier wieder auf 17.500 US-Dollar kommen, könnte ich darauf verwetten, dass wieder irgendjemand sagt, oh Gott, ein riesiges Doppeltop oder ein riesiges M-Pattern, was uns jetzt auf ungefähr 500 US-Dollar bringt. Auf sowas in der Art kommt dann bestimmt wieder. Trotzdem, wir müssen jetzt Step-by-Step gehen. Momentan Long-Position nicht mehr bitte reingehen. Auch nicht in irgendwelche Short-Positionen. Der Short-Zug ist jetzt erst einmal abgefahren, meines Erachtens nach. Wir warten jetzt hier auf mögliche Long-Entries in diesem Bereich. Wir können auch mal gucken, ob es sich vielleicht sogar lohnen würde, hier eine größere Position aufzumachen. Wäre halt ungefähr 6% Risk. Hält sich meines Erachtens noch in Grenzen. Trotzdem würde ich hier nicht übergroß dann Long reingehen. Aber eine Long-Position in diesem Bereich wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und da werde ich euch natürlich dann in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden halten, ob ich dann hier den Trade auf jeden Fall aufmache oder nicht. So, soviel zu Bitcoin. Reden wir dann heute Abend vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher auf jeden Fall drüber im Livestream. Schauen wir uns Ethereum an. Wurde sich ja auch sehr, sehr oft gewünscht, obwohl ich das eigentlich jeden Tag mache. Aber gut. Ja, im Endeffekt das gleiche Spiel hatten wir auch hier. Wir haben jetzt dieses Void hier drüben gefüllt. Erst einmal ein gutes Zeichen. Haben uns dieses Tief hier nochmal rausgenommen beziehungsweise wurden hier auch direkt rejected. Wir machen jetzt mal hier diesen ganzen Mist mal weg, damit ihr hier einen besseren Überblick habt. So, jetzt sieht es schon besser aus. Downtrend weiterhin intakt. Also die Downtrend-Linie haben wir respektiert. Sieht man hier ganz gut. Void wurde gefüllt. Aber auch hier gleiches Spiel. Ihr seht hier diese, in Anführungszeichen, Doji-Candle oder diese Volumen-Candle. Wir haben dieses hoch rausgenommen, wurden dann hier oben rejected. Also auch hier möglicher Short-Einstieg und kriegen jetzt die Reaktion nach unten hin. Trotzdem, für mich eher dieses Szenario momentan, dass wir uns auch dieses Tief hier unten noch abgreifen, aufgrund der Liquidität, die hier einfach liegt. Das heißt, knapp unter 1.000 US-Dollar ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo wir nochmal drunter fallen könnten. Wir hätten dann auch ein tieferes Tief hier wieder in diesem Bereich da drüben. Aber auch hier seht ihr, höheres Kaufvolumen. Heißt, hier liegt einfach eine Menge, Menge Liquidität, die wir uns bestimmt noch holen könnten, um dann hier möglicherweise einen schönen Long-Entry reinzukriegen und dann mit erhöhtem neuen Volumen oder mit einem möglichen Abtrend wirklich diesen Downtrend dann beenden und einen Abtrend kreieren. Wäre eine Möglichkeit. Heißt für uns jetzt erstmal abwarten, keine Longs jetzt in diesem Szenario eröffnen. Erst einmal erwarten, bis wir hier in diesem Bereich mindestens bis 1.004 US-Dollar gehen. Besser wäre es sogar, sage ich mal, in dem Bereich der 980 US-Dollar, um einfach auch dieses Void hier drüben noch ein bisschen zu füllen. Heißt, 980 US-Dollar, 970 US-Dollar, dieser Bereich könnte longmäßig dann auf jeden Fall klappen und dann den Downtrend auf jeden Fall beenden. Die Linie ziehen wir hier mal noch ein bisschen weiter und dann ergibt es auch Sinn. Downtrend beendet, Abtrend bilden und dann schauen wir mal, ob wir auch ein höheres Hoch reinkriegen, weil darauf kommt es dann natürlich an. Wir schauen uns jetzt auch hier mal ganz kurz das Risk-Management an. Sollten wir beim letzten Tief Long gehen, besteht das Risk, sage ich mal, zwischen 4 und 5 Prozent absolut in Ordnung, mit einem Dreierhebel hier in eine Position einzugehen. Das Void wäre dann gefüllt. Wir haben da unten nochmal ein kleines. Das würde ich jetzt aber erst einmal missachten. Das passt eigentlich auch vom Volumen her. Hatten wir hier nicht wirklich viel. Das heißt, hier gibt es viel, viel mehr zu fischen in diesem Bereich unter knapp 1.000 US-Dollar. Ist natürlich auch wieder eine psychologische Marke. Deswegen auf jeden Fall im Auge behalten. So, XRP war auch ein Wunsch. Schauen wir uns auch an. Gleiches Spiel auch hier. Gestern dieser enorme Wig, den wir hier hatten. Schauen wir uns auch mal an. Ordentlicher Wig mit ordentlich Volumen. Haben wir uns geholt. Short-Möglichkeit. Im Endeffekt hatten wir überall das gleiche Bild. Wir hatten überall diesen Dump, also diesen Pump-Dump-Event gestern bei der FED. Dann haben wir uns jetzt erst die Longs geholt und theoretisch müssten wir uns jetzt die Shorts holen. Also auch hier nächste Orders in diesem Bereich zwischen 0.30 und 0.29, 9. Irgendwo in diesem Bereich sollten wir uns dann mit einer möglichen neuen Long-Position befassen. Ich möchte, dass dieser Wig geholt wird, um die Liquidität hier unten rauszunehmen, um dann mit gesundem Volumen oder einem richtigen Abtrend dann auch einen Trend zu bilden. So, ich hoffe, ihr versteht das, was ich hier vor mir gebe. Ich hoffe, es passt auch. Ansonsten, wie gesagt, den größten Batzen Altcoins schauen wir uns dann heute Abend an. Einfach in Ruhe. Da haben wir mehr Zeit auf jeden Fall. Also 19 Uhr Livestream. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Das EU-Projekt mit IOTA gegen die Energiekrise. Vor kurzem hat jemand noch gefragt, ist IOTA tot? Tot ist es nicht. Vom Chart her, deutliche Korrektur. Ich bin auch noch nicht wieder eingestiegen. Ich habe meine ganzen IOTA bei 0.70 oder so verkauft. War im Nachhinein eine gute Entscheidung. Schaue jetzt mal, ob ich jetzt irgendwann mal wieder in den Markt reingehe. Bin ich am Überlegen. Warte aber momentan auf jeden Fall noch ein bisschen ab. So, soviel dazu. Ich werde euch den Artikel später noch in die Telegram-Gruppe posten. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Nachmittag. Kommt in die Telegram-Gruppe, wenn ihr Bock habt, lasst dem Video ein Like da und ein Abo. Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen. Wir hören uns heute Abend um 19 Uhr zum Livestream. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.